Musik Musik Amen Amen Wir hatten uns die Beziehung zwischen Prophetie und Moral angeschaut Und in den letzten paar Klassen haben wir uns 3. Mose 26 Angeschaut Und 2. Selected Messages 102 Im Englischen Wir haben gesehen, dass die meisten Menschen in der Bewegung Wenn sie sich die Schlüsselwegmarken 1989, 2001 und 2014 anschauen Haben sie diese Wegmarken angeschaut, als wären sie im Abstand oder nicht mit ihrer Erfahrung verbunden Die Menschen haben das gesehen Wie es Ellen White in 2. Ausgewählte Botschaften im Englischen beschrieben hat Die Prophezie wurde angesehen als ein figurativ Symbolik Also eine bildliche Darstellung von Der Lineation Von Darstellung von Ereignissen, die Zu dem Ende der Weltgeschichte zeigen Also sie haben uns gesehen, wie wir Schritt durch Schritt durch die Geschichte hindurchlaufen Und dass diese Ereignisse waren Die dich zum Ende der Weltgeschichte geführt hätte Welches die zweite Wiederkunft ist In dieser Passage spricht Ellen White über eine spezielle Botschaft und eine spezielle Prophetie Ein Satz zurück spricht sie über geschichtliche Ereignisse, die erfüllt wurden Also die Ereignisse, die wir zuvor gelesen haben, sind geschichtliche Ereignisse Wir brauchen nicht historische Ereignisse, sondern welche Satz oder Art und Weise benutzen wir Wir benutzen das geschichtliche Ereignisse nicht Eine andere Ausdrucksweise Was für Ereignisse sagen wir denn? Nein Wir nennen sie externe Ereignisse Und wenn du externe Ereignisse benutzt Das benutzt Ellen White, wenn sie sagt geschichtliche Ereignisse Also wir haben uns diese drei geschichtliche Ereignisse angesehen 2014 wäre wahrscheinlich das, das die Leute verwirren würde Und wie haben wir das in unserer Klasse angegangen? Wie haben wir das Thema 2014 uns angesehen? Also ein Fraktal? Nein Also ja, ich weiß, es ist das Sonntagsgesetz, aber ich meine es nicht in dieser Art und Weise Was ist das externe Ereignisse, das du in 2014 sehen kannst? Es war das Problem von 2015 mit dem Gay-Homo-Ehen Lass uns ein Jahr vorwärts gehen A prediction about Trump Or Hillary Clinton, the last president Der letzte Präsident 2016 2016 Is the US General Election Is the US General Die US-Wahlen A year before And a year before We had Just at the very end of the year before Probably beginning of the 16th We had predicted Who was going to win the election Also am Jahr zuvor oder am Anfang des neuen Jahres Haben wir vorher gesagt, wer die neuen Wahlen gewinnen wird Also wie kommt man jetzt von 16 zu 14? Also wie kommen wir von 16 zu 14? Was ist 16? Zunahme an Erkenntnis Und 14? The revival of the message Time of the end Zeit des Endes Also es ist der Anfang der Zunahme an Erkenntnis Also wir können zurück zu 2014 gehen To We call it the rise of Donald Trump Und wir nennen es das Aufkommen des Donald Trump We know that The way we would normally describe 2014 Wir wissen, dass die Art und Weise Wie wir normalerweise 2014 beschreiben würden Durch die Schlacht von Ipsos Nicht nur Ipsos Sondern auch die Geschichte, die in den Vereinigten Staaten abgeht Auch vor Ipsos Da gibt es diesen Kampf, der abgeht zwischen Snowden Obama Obama Und die Geheimdienste Und die Geheimdienste Und die Geheimdienste Sonntagsgesetz Und 2001 Wie nennen wir das? Bekräftigung der Botschaft Also die Bekräftigung der Botschaft Und 1989 wäre das Zeit des Endes Wir haben all diese als externe oder geschichtliche Ereignisse gesehen Und die Sachen fangen sich an zu ändern in der Mitternachtsrufbotschaft Im Speziellen im Jahr 2019 Die Botschaft fängt sich an zu verändern Und die Leute sehen es als eine morale Botschaft Wir haben angefangen über Liberalismus Über Liberale und Gleichheit zu sprechen Und unsere Aufmerksamkeit hat sich vor allem auf unser eigenes Verhalten Fokussiert Aber was ich möchte, dass wir sehen Ist, dass das Thema schon das gleiche ist seit dem Anfang Wo deine Weltansicht oder deine Ideologie ist Ob du jetzt in diese konservative evangelikale Ansicht hast Oder wie die Leute das beschreiben, diese weltliche, liberale Ansicht Und in den letzten paar Jahren haben wir diese konservative Weltansicht gehabt In den letzten 30 Jahren Und das ist die falsche Position, die wir konsistent eigentlich eingenommen haben In der klarsten Art und Weise, wie wir das sehen können Ist in 2015 Als wir die komplett falsche Ansicht gehabt haben Über die Ereignisse, die extern passiert sind Die externen Ereignisse, die dieses Jahr stattfinden Das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe Wir haben gesagt, dass es was ist? Das Bild des Tieres Wir haben es als das Bild des Tieres angesehen Dass es vor dem Ende der Gnadenzeit Äh Durch Ende der Gnadenzeit kommt Und welches Geist der Weissagung Zitat ist das? Frühe Schriften? Nein No Semester? Es ist das Bild, aber wir müssen zurückkehren zum Original No? Ich habe keine Ahnung No, ich habe keine Ahnung Let's go No? Ich habe das Bild des Tieres angesehen Second selektive Messages Ausgewählte Botschaften im Englischen You've got to be worried now Is it not 102? Okay, I'll have to look now I think its second selektive message is 80.4 Ich denke, es ist ausgewählte Botschaften 80.4 im Englischen Yeah? So, second selektive message is page 80.4 A zweite ausgewählte Botschaften 80.4 im Englischen Er sagt, dass das Bild des Tieres vor dem Ende der Gnadenzeit ist Und die Leute 2015 in der Bewegung haben gedacht, dass diese Ereignisse in Amerika dieses Bild des Tieres sind Und sie waren auch ganz falsch in diesem Thema Wieso waren sie denn falsch? Wieso hätten wir wissen sollen, dass sie ganz falsch waren? Kann sie die Frage wiederholen? Die Bewegung hat in 2015 Das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe Genommen und hat gesagt, dass es das Bild des Tieres ist Das zum Ende der Gnadenzeit führt Es findet sich in zweiter ausgewählten Botschaften 80 im Englischen Und das Argument, das die Leute benutzt haben ist, dass Daniel 11.41 das Ende der Gnadenzeit war für die Gemeinde Und basiert auf dem haben sie gesagt, dass es das Bild des Tieres ist Wieso hätten wir wissen sollen, dass sie ganz falsch waren? Lass mich das nochmal sagen Wieso hätten wir wissen sollen, dass wir damals falsch waren? Weil das Bild vor dem Sonntagsgesetz geformt wird? Achtung Oder nachher Also das ist wahr Aber wenn wir an der Tatsache festhalten, dass das Sonntagsgesetz das Ende der Gnadenzeit für Gottes Gemeinde ist Dann wissen wir, dass wir auf der Fraktalebene der Gemeinde sind Dann hätten wir immer noch erwartet, dass das Bild des Tieres in Vers 40 ist und nicht Vers 41 Also wieso ist das das falsche Ereignis, das wir ausgewählt haben? Ich weiß, wir haben es schon in der Klasse gemacht Also wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre zurückgehen Oder vielleicht noch mehr zurück Wenn wir 10 Jahre zurückgehen Was passiert dort? In Amerika Christian Right So the Christian Right is rising up Die christlichen Rechte kommen auf Sie sind schon ein paar Mal aufgekommen in der Vergangenheit Und da gab es diesen Kampf Für über 100 Jahre schon Zwischen Wie nennt man sie? Christian Right Christliche Rechte Und wem? Wir nennen sie die Progressiven oder die Liberalen Die Frauenrechtsbewegung Und die Gleichschlechtlichen Bewegung Und Bürgerrechtsbewegung Bürgerrechtliche Bewegungen Frauenrechtsbewegung Und Gleichgeschlechtlichen Und da gab es eine Bewegung, die konsistent gegen diese drei Bewegungen war Es war der christliche Rechtsflügelbewegung Es war der christliche Rechtsflügelbewegung Und wie haben sie sich selber in dieser Dispensation, in dieser Geschichte genannt? Die morale Mehrheit Wenn du jetzt schon lange in dieser Bewegung bist Wenn du jetzt schon lange in dieser Bewegung bist Dann weißt du, dass FFA schon lange über diese Bewegung gesprochen hat Haben sie über diese Bewegung im Positiven oder im Negativen gesprochen? Sie haben schon viel über diese Bewegung gesprochen zuvor Und es war meistens oder immer negativ Wenn das nicht die einzige Bewegung war, aber es war auch eine wichtige Bewegung Sie war identifiziert als eine der Bewegungen, die das Sonntagsgesetz reinbringen würde Denn das ist das protestantische Amerika Und jeder, damit meine ich die siebenten Tags Adventisten Auch ältester Jeff wusste, dass es das protestantische Amerika war, die das Sonntagsgesetz reinbringen wird Und es war kein Zufall, dass diese Bewegung in dieser Geschichte aufgebaut wurde Ich weiß nicht, wie viel, dass er darüber wusste, dass sie sie auch mit den Wahlen von Ronald Reagan befasst haben oder mitgemacht haben Ich werde jetzt mal sagen, dass er über diese Sache bewusst war Also man kann die christlichen Rechte schon ziemlich früh in diesem Abschnitt sehen Und wenn man diese Geschichte für die letzten 40 Jahre zurücknimmt Das Zunehmen und Abnehmen ihrer Stärke Jedes Mal, wenn man einen republikanischen Präsident hatte Der willentlich war, ihren Willen durchzusetzen Dann würden sie stark sein Und wenn man einen demokratischen Präsident hatte, dann würde ihre Macht schwinden Brother Jonathan, wer ist ihr schlimmster Feind? Die Liberalen? Name? Nein, in Amerika In Amerika Ronald Reagan ist ihr Held Wer ist ihr schlimmster Feind? Und nicht in dieser Zeit In dieser ganzen Linie hier Wen haben sie am meisten gehasst? Eine Person Eine Person Clinton? Bill Clinton? Bill Clinton? Nein, nicht Bill Clinton Obama? Obama Sie haben ihn am meisten gehasst Also wenn du irgendjemanden auswählst Den sie den meisten gehasst haben, war Obama Ich glaube wir haben allgemein in dieser Bewegung zu wenig Recherche gemacht über Obama Wie lange war er denn Präsident? Acht Jahre Er hat zweimal gewählt Und was sich die Leute nicht bewusst sind Ist dass er eigentlich die USA ganz wieder hergestellt hat Wenn man zurück zu 1798 geht Und wir sehen können, wie die Regierung der USA immer wieder verfehlt haben in ihrer Aufgaben Und Tess hat das die letzten drei Präsentationen, die sie hier an der Schule gemacht hat, erzählt Obama hat in diesen zwei, in diesen acht Jahren die USA wieder ganz hergestellt Er hat die Feuerschaft gehabt und hat die ganze USA zerstört Er hatte eine Vorherrschaft über die USA und Er hat die USA eine Vorherrschaft über die Welt und er hat das zerstört Was ist passiert im Jahr 1989? Der König des Südens stirbt Und? Und die USA kommt wieder auf als der Unilaterismus Es gibt eine neue Weltordnung Und diese neue Weltordnung wird jemand zerstören Und wer wird diese neue Weltherrschaft zerstören, die die Vereinigten Staaten kreiert hat? Nach 1991 Wer wird es zerstören? Wie du gesagt hast, Obama Ich denke, als Bewegung tun wir kein Gefallen daran haben, was er eigentlich getan hat, Obama Wenn sie einen republikanischen Präsident hätten Dann wäre die Welt vielleicht jetzt geändert sein Er hat nicht nur einen Stopp eingeführt Er hat Sachen ganz neu eingeführt Und wenn man sich seine Politik anschaut, dann sieht man, dass es sehr konsistent war Für was haben die Leute ihn angeschuldigt? Für was haben die Leute ihn angeschuldigt? Weil er die Macht der Kirchen zurückgehalten hat Weil in der internationalen Politik hat er immer wieder Islam präferiert Wir mögen sagen, dass er ausgeglichen war Also das ist jetzt eine sehr basische, grundlegende Definition seines Es wäre wichtig, wenn ihr nachschaut, was er eigentlich alles verändert hat Er kommt zu seinem Ende und dann kommt Clinton Was war ihre Aufgabe in seinem Außenminister? Also für welche Art von Politik ist sie bekannt? Als Globalistin? Also wenn jemand sie fragen würde, in was für einer Politik sie ist Dann würde jeder sagen, sie ist ein Globalist Und die Leute wie wir selber In dieser Bewegung Und wir würden das Böse nennen Wenn man das an seinem Namen hat, dann ist es wie eine Kuss des Todes Denn wenn du ein Globalist bist Was bedeutet das? Was wirst du tun? Du wirst das Sonntagsgesetz reinbringen Und du wirst es in einer geheimen Art und Weise machen Also jeder hätte wissen sollen, wir Dass Clinton Die frauliche Version war von Obama Sie war die weibliche Version von Obama Sie hat einfach seine Politik weitergeführt Und deswegen war er auch so glücklich Also wir haben schon genug Zeugnis oder Beweise Dass der demokratische Präsident keinen Sonntagsgesetz herbeiführen kann Und wir hatten diese Information schon im Jahr 2015 Also wenn Obama das gemacht hat, was auch immer getan hat Konnten seine Politik nicht eingeführt werden, als ob es ein Sonntagsgesetz herausbringen wird Wenn wir eine Methodologie verwendet hätten Dann hätten wir das ganz einfach herausfinden können Was ist diese Methodologie? Republikaner und Demokraten Republikaner und Demokraten Was musst du tun? Vergleichen und gegenüberstellen Man muss sie vergleichen Aber das Problem ist Unsere Perspektive Ist basiert auf welcher Methodologie Welche Methodologie haben wir denn zuvor verwendet? So, Munch, what are you looking for? Foodtech? Conspiracy Theories Verschwörungstheorien Because we use conspiracy theories as our methodology Und weil wir Verschwörungstheorien als unsere Methodologie verwendet haben The Republicans and Democrats Haben die Republikaner und Demokraten Was sind sie? Sie sind beide schlecht Sie sind beide zusammen im Bett Und auch wenn sie in der Öffentlichkeit sich gegenüberstellen Könnten wir argumentieren Wenn die Demokraten die Arbeit anfangen Dann hören die Republikaner die Arbeit auf Es ist alles basiert auf Verschwörungstheorien Plus Und Plus was? Es ist einfach alles eine Show Plus unsere eigene Liebe Ist für wen? Für die Konservativen Wir haben sie ganz geheim angebetet Denn sie waren evangelikale Christen Und alle ihre Hauptglaubenspunkte waren mit den Adventisten übereingestunden Keine 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 gemäßigte Adventisten Christen Würden einem Jungen erlauben in eine Mädchentoilette zu gehen Obama hat gedacht es ist okay Aber konservative Adventisten oder Christen würden denken das ist ein Gräuel Die Republikaner haben es gemacht Die Republikaner haben es gemacht Und auch die konservativen Adventisten Also wenn er diese schwache Böse Tat macht Wurde er identifiziert als Schwach Und böse Wir hatten genug Beweis Dass 2015 nicht das Bild des Tieres wäre Wenn wir objektiv wären Aber wir waren auf der gleichen Seite wie die Republikaner Und deswegen haben wir so viele Fehler in dieser Geschichte gemacht Gibt es irgendwelche Fragen? Also ich möchte sagen Dass das hier alles prophetische Ereignisse sind Und wir haben jedes einzelne Fehl geschlagen Wenn wir zurück zu 2001 gehen Sehen wir, dass es basiert ist auf amerikanische, ausländische Politik Außenpolitik 11. September Was war es? Ein Wendepunkt der Weltgeschichte Es ist ein Kampf zwischen wem? Amerika und Islam Und wieso tut Islam gegen den Amerika kämpfen? Sie hassen sie Sie wollen Rache ausüben Die Amerikaner haben ihnen nie was getan Was waren ihre Feinde? Wenn man zurück in die Geschichte geht Es war nicht Amerika Es war Russland Wir gehen jetzt mit den Europäern Ihr Problem war mit Europa, nicht Amerika Daten 9. September Also wir nehmen jetzt nur die Jahresdaten 1529 1683 1683 Es gab noch drei oder vier mehr August 11. 1840 Nein, zurück in diese Geschichte 1453 1453 Wir haben viele Auseinandersetzungen zwischen Islam und Europa und Islam und der Christenheit Und dieser Weltkrieg Er ist weiterhin bis zur zur jetzigen Was? Und dauert noch bis heute an Und Wenn wir uns die moderne Geschichte anschauen Gibt es viele Schlüsselplätze Die diesen heutigen Konflikt Angezettel haben Und dieser Weltkrieg ist von christlichen Europa bis zum christlichen Amerika gegangen Und mit dem Krieg des Iran Ägypten Und natürlich was wir schnell darüber nachdenken würden war Islam Äh Afghanistan Also Islam hat was sie fühlen Ein Recht gegen die Vereinigten Staaten zu kämpfen Und der 11. September war für sie eine Racheattacke Jetzt diese Politik, die die USA daran festhält Besides money Neben dem Geld Black money Schwarzem Geld Öl Besides that issue Neben diesem Thema oder Problem What's the other major position or major reason Was ist der andere Hauptgrund That defines US-Middle-East-Policy Die die US-Middle-östliche Politik definiert What's that issue? What's that subject? Was ist dieses Thema oder dieses Ja, dieses Thema Kontrolle Imperialismus Both of those are correct Beide von diesen sind richtig Es ist ein Stellvertreter Protectionism Es ist ähm Dass man schützt Dass man schützt Protection of whom, Brother Jonathan Äh Beschützung von was? America Wer wollen sie schützen? In the Middle East In der Mittelosten America America American foreign policy The oil Besides the oil Besides the oil Neben dem Öl Their influence Your influence This is a Judeo-Christianity Israel Israel So They want to protect Israel Also sie wollen Israel beschützen Why? Wieso? Why do they want to protect Israel? Why are they so desperate About that small little country? Wieso möchten sie Israel beschützen? Christian and Jews The connection Die Verbindung zwischen Christen und Juden I want to develop that point a bit more Ich möchte diesen Punkt Ein bisschen weiterentwickeln The Protestants believe that Christ will come back when the temple is being built there Die Protestanten Die Protestanten haben gedacht dass Christus zurückkommen würde wenn der Tempel dort gebaut wird Welche Lehre wurde es genannt? Es gab einen Namen davon Wenn ich jetzt den Namen Schofield nenne Hoffentlich hilft das Also es gibt eine Schofield Übersetzung der Bibel Er ist bekannt für das Und er ist auch noch bekannt für ein anderes Thema Ist es der mit dem Dispensationalismus? Also es ist die Lehre der Dispensationen Also lasst uns ein bisschen einen Überblick haben was das bedeutet Hast du es gefunden? Wenn du jetzt noch nach Googlst nach Schofield und dann 100 Jahre zurück gehst dann gibt es noch mal eine wichtige Person Er hat diese Lehre eingeführt Die dann Dispensationalismus Wie sagt man den? Dispensationalismus genannt wurde John Nelson Darby Also wenn du ein Studium über die King James Bibel gemacht hast dann hast du sicher auch schon von der Darby Bibel gehört Die Person die diese Bibel gemacht hat wurde nach ihm benannt Es ist die Person die diese Theorie eingeführt hat Ich gebe einen kurzen Überblick was es sagt Du bist im Alten Testament und Gott gibt dir Verheißungen Was verheißt er denn nach der babylonischen Gefangenschaft Wir haben schon darüber gelesen im 3. Mose Kapitel 26 Was hat er versprochen oder verheißen? Ein herrliches Land Wenn du betest und Buße tust werde ich dich zurückführen zum herrlichen Land Und wenn wir vor allem im Kapitel im Buch Jesaja zurückgehen in den spätesten Kapiteln Was wird das herrliche Land Was wird das herrliche Land werden Wenn sie gläubig sind und treu Himmel auf Erde Sie werden die Welt Supremacy Die Welt beherrschen Sie werden die Herrscher der Welt sein Was haben die Juden getan? Sie haben fehlgeschlagen Also was Gott nun tut Er kreiert die christliche Gemeinde Also jetzt hat man die christliche Gemeinde Was glaubst du? Wenn du über die jüdische Gemeinde und die christliche Gemeinde denkst Die Beziehung zwischen ihnen Wie siehst du die Beziehung zwischen der jüdischen Gemeinde und der christlichen Gemeinde? Also sie sind sozusagen das Originale und wir kommen von ihnen heraus Also du glaubst in Und du glaubst an die Theologie des Ersetzens Die Theologie des Ersetzens Die christliche Gemeinde hat die jüdische Gemeinde ersetzt Sie sagten Sein Blut ist auf uns und unseren Kindern Und du glaubst Sie wurden verflucht Und Gott hat sich getrennt Und hat eine neue Gemeinde geheiratet Das ist was du glaubst Ersetzensmethodologie Und diese Verheißungen Für was waren die? Für die Für was waren sie? Für die Also all diese Verheißungen sind für dich Das ist wie du diese Sachen anschaust Aber Darby und Schofield und dann protestantisches Amerika Sie glauben nicht, was du glaubst Sie verstehen, dass die hebräische Gemeinde und alles wurde angehalten Und um den Christen und Heiden eine Möglichkeit zu geben um gerettet zu werden Dann in den letzten Tagen Was würde passieren? All diese Verheißungen die dem alten Israel gegeben wurden Würden buchstäblich erfüllt werden Am Ende der Welt Und dass sie dann buchstäblich erfüllt werden konnten Welches Land muss sie dazu überleben? Israel Das buchstäbliche herrliche Land Also alles Ausland Außenpolitik Auch das von den Vereinigten Staaten In der modernen Geschichte When Israel When Israel Was basically Created By We'll say The European Nations As Israel Durch das Durch die Europäischen Mächte Hergestellt wurde Yes Zionisten All die Krisen All die Krisen der 60ern Und sie fangen schon in den 50ern an Waren alle auf evangelikalen Ansichten der Endzeit-Prophezeiungen gegründet Und das hat die USA-Auslandspolitik Für Jahrzehnte lang Angetrieben Also die Politik hier That causes Islam to hate The United States Die Islam dazu Bringt, dass sie Die Amerikaner hassen Is not just about oil Is not just about oil It's not just about American imperialism It's not just about American imperialism The thing that undergirds Everything Is US foreign policy Based upon Bible prophecies Das alles Ist nicht nur Wegen dem Öl Sondern auch Wegen dem Das Fundament Von all dem ist Das Amerikaner Wegen Okay And Muslims Can easily Explain US Intervention In the Middle East Und die Vereinigten Staaten Können einfach Erklären Die Muslime Können einfach Erklären Wie die Wieso das die USA Mittleren Osten Eingreift Wie ein moderner Kreuzzug Just like in Ancient Europe They used to go on a Crusade To save Jerusalem To save Israel From the Turks From the Mohammedans Als in Israel Wo sie Kreuzzüge Gemacht haben Um die Jerusalem Vor den Türkern Und Mohammedanern Zu retten Also ich möchte sehen Dass 2001 Alles darum geht Über die Konservativen Leute Protestantisten In der Vereinigten Staaten Was ist der Gemeinsame Faden Von diesen Dreien Konservativer Präsident Konservative Präsident A Konservative Contender That becomes The President Konservativer Präsident Konservativer Präsident Und Konservativer Bewerber Der dann Auch Ein Konservativer Präsident Präsident Donald Trump Where does He lie Politically Wo liegt Er Politisch In Seinem Denken Also er kümmert sich Nicht Er Denkt Er Er Denkt For Most Of His Political Life What Side Did He Favor In Sein Also In Sein Politischen Leben War Er Vor allem Auf der Demokratischen Seite Er Ist Aber Liberal In Sein Denken Also Wieso Hat Er Sich Denn Verändert Ich frage jetzt nicht die Frage Dass wir darüber nachdenken können Was in seinem Gedanken oder in seinem Kopf vorgeht Aber wenn wir uns diese Person anschauen als diese Person die identifiziert wurde von wem Wer hat ihn identifiziert es waren zwei Gruppen christliche Rechte und wer hat ihn auch noch ausgewählt Putin 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 hat ihn ausgewählt und die evangelikalen Rechte Wenn sie ihn ausgewählt haben auch wenn du es nur als eine allgemeine Logik ansiehst Wenn Putin ihn auswählt dann muss er das Gegenteil von Putin sein dann muss er König des Nordens werden Und wenn der christliche Rechte die morale Mehrheit ihn auswählt um ihr Held zu sein um ihre Kreuzzüge zu machen was muss er tun was war er muss sich ändern ich sage er muss seine Religion ändern seine politische Religion er muss von einem Demokraten zum Republikaner werden ist er wirklich ein Republikaner nein er ist ein was für ein Republikaner er ist ein demokratischer wahre Wahrheit Neuigkeiten und falsche Neuigkeiten er ist ein falscher Republikaner er ist nicht echt das ist alles wichtig wir sollten das sehen dieser Faden der Konservatismus der durch diese Geschichte hindurch geht wir in der Bewegung haben uns zu sehr fokussiert auf seinen Charakter und ich denke es wird uns davon abhalten um objektiv zu sein wir sind so fokussiert so wie auch die Presse über seine Moral über seine Lügen seine Inkompetenzen aber was wir vermissen oder verpassen ist nicht was er tut als menschliches Wesen sondern was er tut als ein Schauspieler in seiner prophetischen Rolle denn wenn wir sehen können welche Rolle er spielt und den Teil oder den Anteil den er einnehmen muss dann würde es uns helfen mehr objektiv in die Zukunft zu schauen als Donald Trump seine Religion geändert hatte extern haben wir es intern geändert auch wenn es uns länger gebraucht hat weil wir sollten von Konservatismus zum Liberalen werden in der gleichen Dispensation wo Donald Trump vom Liberalen zum Konservativen ging gute Beobachtung und die Änderung die wir eingenommen haben eine Trennung verursacht zwischen Future for America und uns also worüber wir uns sicher sein sollten ist das Thema der Liberalen und der Gleichheit dass das auch das gleiche die gleiche Wichtigkeit hat wie die anderen Wegmarken dass sie genauso prophetisches Thema sind wie die anderen Wegmarken und es ist die Klarheit die wir sehen können wie sich die Änderung stattfindet die dir zeigen wird ob du den Test verfehlen wirst oder bestehen wirst den gegenwärtigen Test also wie die US-Regierung ihre Religion geändert hat Donald Trump sollten wir auch unseres verändern manche haben das erfolgreich getan und manche nicht irgendwelche Fragen ich habe nie verstanden wieso Putin Donald Trump ausgewählt hat denn Hillary will Weltfrieden haben und er wollte das auch du weißt Leute machen komische Sachen manchmal denken sie nicht klar manchmal denken wir dass die Politiker klar denkende herzlose Menschen sind aber wenn man ein paar Jahre zurück geht wenn du die Auseinandersetzung zwischen Clinton und Putin ansiehst dann sieht man dass er sie zu der Person wird die er hasst denn er sieht sie als eine Person die das Russland zerstört das er kreiert nicht nur er aber auch seine Alliierten und welcher Alliierte war das denn vor Syrien Gaddafi gut Gaddafi so again I don't think we have a clear understanding or a clear perspective of the spheres of influence in the Middle East in that time period decades ago I think I think I think I think that we have a clear understanding about the influence in this time to this time had when she destroyed his ally when they began to steal eastern bloc countries from russian influence As as sie angefangen haben Ostburg staaten einzunehmen aus was Aus dem russischen Einfluss zu entziehen war die meiste Arbeit von Clinton ausgeführt worden oder beeinflusst. Und Putin hat einen persönlichen Hass gegen sie entwickelt. Und das ist noch daneben gegangen, über die Fähigkeit darüber weiter hinausgegangen. Klar zu denken. Es ist nicht nur, dass er einfach Trump gemocht hat. Er hätte jeden unterstützt, der gegen Clinton war. Denn er hat sie so fest gehasst. Also wenn du diese Dynamik nimmst und dann siehst dass Trump sich vorbereitet hat für viele, viele Jahre. Was ist diese geheime Organisation in Russland? So the KGB I'm not saying the Americans I'm not saying the Americans don't have their own version of this I'm not saying the Americans don't have their own version of this But they would groom people Aber sie würden Leute vorbereiten von einem sehr jungen Alter an. Also They would look at 16-year-olds 18-year-olds 20-year-olds Sie hätten sich 16-jährige, 18-jährige, 20-Jährige angesehen von der Highschool bis zur Universität Nicht nur die normale Highschool, die wir gehen würden Sie würden nach Leuten schauen, die auf eine private Elite-Schule gingen Und sie würden ganz spezielle Individuen auswählen Lasst uns eine Nummer nehmen In jedem Jahr They would target a thousand US-Students Hätten sie tausend US-Studenten ausgewählt Und dann würden sie sie beobachten Und sehen Wie sie sie beeinflussen können Es wäre sehr unterschwellig And the student may not even be aware of it Und die Studenten wären vielleicht dem nicht mal bewusst Und dann, wenn sie zum College gehen The KGB would have even more influence over them Würde die KGB noch mehr Einfluss Wenn sie dann älter werden Werden sie ihnen helfen, eine Arbeit zu kriegen Auch ohne, dass diese Person es weiß Und über die Jahre Diese tausend Leute von diesem Jahr werden kleiner und kleiner werden Und mit der Zeit, wenn man dann zu den 30er Jahren kommt Dann hat man vielleicht jetzt 100 Leute Und wie sie dann älter und mächtiger werden Werden die Nummern kleiner werden Das ist eine große Langzeit Und über diese ganze Zeit hindurch Ist sich die Person nicht mal bewusst, was passiert Sie sind nicht russische Spione Aber sie wurden ganz langsam beeinflusst Das ist, was passiert ist Nicht nur für Donald Trump, aber auch mit anderen Und dann, als die Zeit kam Und sie sehen konnten Diese Person möge vielleicht ein Präsident sein Dann hätten sie sich alle auf diese Person fokussiert Dass er gewinnt In welchem Jahr war er dann in Russland? November 9, 2011 Also 2013 ist er in Russland Und das passiert nicht alles Das passiert alles ohne Hilfe Beihilfe Es ist nur ein anderer Schritt In perhaps 10s oder 100s That have occurred during the years How they have molded and influenced Donald Trump Das sind so Zuerst waren ja so 100 und dann 10 Und so haben sie dann Trump verändert und beeinflusst So we've given two reasons Also es gibt zwei Gründe Putin hates Clinton Putin hasst Clinton Und Donald Trump Und Donald Trump wurde über mehrere Jahrzehnte vorbereitet Und er, das wurde so gegründet oder fest Gemacht, dass du nie deinen Finger auf dieses Problem zeigen konntest Und er ist kein russischer Spion In keiner Ansicht Ich möchte uns an Lenin erinnern Tut Lenin Deutschland lieben? Nein Er hat keine Beziehung, Vertrautheit mit ihnen Hat er einen Vertrag mit Deutschland gemacht? Also wir können ja sagen Aber technisch gesehen macht er nicht so Verträge Es ist sehr tiefer als das Er geht nach Russland nur alleine Und es gibt 14 von ihnen in diesem Zug Und sie versiegeln diesen Zug So that Germany can wash its hand And innocently say We have no idea what's in there Dass Deutschland ganz unschuldig sagen kann Und sich die Hände waschen kann Und sagen wir wissen gar nicht Was in diesem Zug ist Es ist eine sehr tiefgründige Botschaft Äh unterschwellige Beziehung Deswegen wird er Trump unterstützen Er ist ein Mann, mit dem er arbeiten kann Also zurück zum Thema Liberal und Gleichheit Da könnten wir Prophetie dort oben haben Und auch unten wo du Moral geschrieben hast Ich würde bevorzugen Dass wir hier Moral hinschreiben Anstelle von Prophetie herunterbringen Denn jedes prophetische Ereignis ist ein morales Thema Jedes historische Ereignis ist ein moralisches Thema Wenn wir eine Definition benutzen Die wir hatten für Prophetie und Moral Wie du gesagt hast Können wir die Moral hier nicht haben Denn wir haben definiert Dass Prophetie was ist Es ist ein morales Thema Ein moralisches Thema Das von der Zeit kontrolliert wird Und das ist was hier passiert 2016, 18, 19 und 20 Ich habe das nicht verstanden Wenn wir uns erinnern an das letzte Mal Prophetie und Moral Die Frage ist Was ist der große Test? Ist er prophetisch oder ist er moral? Und wir haben definiert, was die Moral ist Gut und schlecht Und nicht von Zeit abhängig Und wir haben die Prophetie definiert Als Ein moralisches Ereignis Ein Thema Das von Zeit abhängig ist Also die ganze Prophetie ist ein morales Thema das zeitabhängig ist und wir würden es ein geschlichtliches Ereignis nennen. Wir hatten die Nummer 10 hier und wenn wir zurückkommen und wenn wir zurück zu den 10 Wegmarken gehen würden dann hätten wir gesehen dass es alles moralische Themen waren. Revenge United States, Russia Revenge United States and Islam Revenge Rache Republikaner und Demokraten Also es sind alles morale Themen. Das ist der Grund für welchen wir Prophetie hier hin tun sollten und wenn wir zu diesem Thema kommen dann haben wir 2019 aber wir würden zurückgehen und was in den Vereinigten Staaten stattfindet ist ein Kampf zwischen dem konservativen christlichen Amerika und die, die nicht an Nationalismus, Sexismus und Homosexualität glauben. und das wird jetzt ein moralisches Thema in der Gesellschaft jetzt hat es die Eigenschaft dass es spezielle geschichtliche Ereignisse sind welches sie zu prophetisch machen werden also das sind prophetische Themen deswegen steht hier Prophetie kannst du wiederholen wieso es sie prophetisch macht weil diese Themen von Nationalismus, Sexismus und Homosexualität sind jetzt die Themen die Gesellschaft konfrontieren an einem Staatsebene an einem Staatsebene an einem Staatsebene der Indien für Inder machen will also er sagt zwar nicht es ist nur für Inder aber er möchte dass es kontrolliert und organisiert wird für Hindus Das Thema der Einwanderung in den Vereinigten Staaten ist ein nationales Thema Das Thema der Frauenabtreibung ist ein jetziges Thema Und das Thema der Schwulenfeindschaft ist ein Thema das jetzt mehr und mehr die Leute trennt in den Vereinigten Staaten Also diese Themen sind jetzt nicht nur moral sondern sie wurden prophetische Themen Wir hatten ein weißes Haus eine exekutive ausführende Abteilung ausführender Zweig die mit diesen drei Hauptthemen sie kämpfen dagegen an Und sie tun ihre Macht eigentlich missbrauchen um ihren Plan auszuführen Deshalb wurden sie prophetische Themen Also eigentlich weil es die Gesellschaft konfrontiert Und somit wird es zu einem speziellen geschichtlichen Ereignis Wenn wir uns darüber nicht sicher wären was wir tun könnten Wir könnten zu der vorzweiten weltlichen Zweitwelt Krieg Geschichte gehen Und wir können sehen wie das Aufkommen von Trump und Hitler das kann man parallel stellen Es sind zwei einfache Themen das ist das Thema der Nationalismus und der Einwanderung Gemäß deiner Grafik hier ist der große Test prophetisch Weil du zweimal Moral ausgewischt hast Es ist ein prophetischer Test Es war immer ein prophetischer Test und es wird immer ein prophetischer Test sein Aber was die Menschen nicht verstehen können ist die Definition von Prophetie Sie denken Prophetie ist einfach die Beobachtung von irgendetwas das in der Welt passiert Zum Beispiel Es gab einen Erdbeben irgendwo Und das ist das prophetische Thema Und wenn du das gesehen hast irgendwie könntest du den Test bestehen Aber das ist nicht eine korrekte Definition von Prophetie Wenn das Erdbeben ein Thema der biblischen Prophetie wäre Was du dann sehen müsstest wäre nicht nur das Erdbeben aber auch die menschliche Antwort zu diesem Erdbeben Also der große Test sind geschichtliche Ereignisse die die Gesellschaft konfrontiert mit einem moralen Thema basiert auf Zeit Es passiert zu einer speziellen bestimmten Zeitperiode Jedes einzelne von hier passiert an einer spezifischen Zeit Alan White sagt in dieser Passage die wir gelesen haben Spezielle Prophezeiungen wurden erfüllt Wie du es jetzt gerade beschrieben hast Diese Eigenschaften Willst du sehen, dass die Art und Weise wie die Adventisten es sagen haben all diese Eigenschaften Der Sonntagsgesetz hat hat all diese Eigenschaften Alles was du beschrieben hast das Sonntagsgesetz das passt alles genau dazu Welches der Grund ist dass es so ein guter Test ist Und das hat uns jetzt zwei Monate gebraucht Ein paar Klassen zuvor haben wir über spezielle Prophezeiungen geredet Und wie diese Zeitprophezeiungen in der Milleritengeschichte erfüllt wurden Also wenn wir dieses Zitat für uns heute anwenden Und wir nochmal spezielle Prophezeiungen sehen Wie können wir denn das Thema der Zeit anwenden Man hat Zeit 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 All diese kann man mit Zeitprophezeiungen um das richtig zu tun Was man dann wiederholend benutzen muss sind die 25-20 Die 25-20 gehen mit diesem, diesem und diesem um Und ältester Tess hat viele Prophezeiungen die zu 2019 hin zeigen Lasst uns beten Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und für dein Wachen Wir beten, dass du uns Klarheit gibst über das Thema der biblischen Prophetie Hilf uns zu verstehen Die Zeiten, in welchen wir uns befinden, in denen wir leben Damit wir vorbereitet werden können Wir danken dir, Herr, dass du uns sicher begleitet hast Wenn wir jetzt nun in die heilige Sabbatstunde eingehen Wir beten, dass du uns segnest Wir danken dir für das Privileg, dass wir uns hier zusammen versammeln können Und wir beten in Jesu Namen Amen Amen Musik Untertitelung. BR 2018